Moin mal Leute, ich bin Lidgobbosbrain oder Mvdujanik und begrüße gerade dich zu einem kleinen neuen Infovideo. Heute gibt's mal kein Video, keine Episode von irgendeinem Let's Play, was gerade auf dem Kanal stattfindet, sondern eine kleine Info von einer Aktion, die ich ziemlich cool finde und ziemlich wichtig und möchte gerne meine Reichweite hier nutzen, um die euch da draußen ein bisschen auch zu zeigen. Ich hab's selber heute auf Twitter gesehen und finde, dass die Aktion sehr, sehr stark ist und würde jeden von euch da draußen encouragen, da mitzumachen. Und zwar haben sich die Leute von Itch.io, die habt ihr mit Sicherheit schon mal gehört, das ist so eine Website, wo man verschiedenste Indie-Spiele runterladen kann. Die meisten YouTuber, selbst Marketplier und andere große YouTube-Größen wie Nofil, Grüße gehen raus, holen dort ihre Indie-Horrorspiele her zum Beispiel. Und jetzt hat Itch.io die Idee gehabt, wie wäre es, wenn wir ein Bundle machen, was man für mindestens 10 Dollar, umgerechnet 9,69 Euro oder so, oder mehr kaufen kann. Dafür kriegen die Leute, die das kaufen, ganz viele Videospiele, die da beim Bundle mitmachen und das ganze Geld, was wir davon einnehmen, das spenden wir dann an eine Hilfsorganisation für die Ukraine. Denn ihr habt das mit Sicherheit mitbekommen, was momentan los ist und ich möchte einfach meine Reichweite nutzen, um eben auf sowas aufmerksam zu machen und ich denke, sowas ist ein super Weg, um gerade uns, die gerne Videospiele spielen, einen Benefit auch irgendwie zurückzugeben und dass ihr halt dafür dann spenden könnt, dass das dann auch direkt an die Ukraine, an die Hilfsorganisationen geht. Und um nur einmal kurz einen kleinen Einblick zu geben, ihr bekommt insgesamt 991 Items in diesem Bundle, was absolut irre ist. und nur um einmal eine kleine Auswahl zu zeigen, welche Spiele dabei sind. Nicht, dass es jetzt das Wichtigste ist, aber nur damit ihr wisst, was euch eventuell erwartet. Zum Beispiel ist Inmost mit dabei, gab es hier auf dem Kanal als Let's Play, fanden viele von euch cool, ich fand es auch sehr, sehr stark. Wondersong, sehr, sehr schönes Spiel. Skatebird, ein Spiel mit einem Skateboard und einem Vogel. Ich glaube, mehr muss ich nicht sagen. Aber natürlich sind auch absolute Größen mit dabei, zum Beispiel Celeste ist mit im Bundle. Celeste habt ihr eventuell hier auch auf dem Kanal gesehen, ein absolut perfekter Jump'n'Run-Klassiker, geradezu jetzt schon geworden. Kann ich sehr empfehlen. Und hier sind noch etliche, etliche andere Spiele bei. Hier ist zum Beispiel, nicht nur sind hier alles Videospiele drin, sondern hier ist zum Beispiel auch ein Buch dabei von Undertale. Fallen Down, Heartache and Compassion in Undertale. Ist anscheinend ein unoffizielles Buch, inoffizielles Buch, was irgendwie rausgebracht worden ist, was man hier sich runterladen kann. A Short Hike, auch ein sehr, sehr schönes Spiel, um einfach so ein bisschen abzuschalten. Vielleicht gerade jetzt in den Zeiten ganz cool. Baba is You, super Spiel, um seine Gehirnzellen so ein bisschen auf Trab zu halten. Sehr, sehr schwer am Ende. Ich möchte nicht drüber reden, dass ich nicht weitergekommen bin. Und diese ganzen Spiele, wie ihr hier seht, gibt es meistens für Windows, für Mac, für Linux. Es ist meistens für alle Systeme verfügbar. Und alle Spiele könnt ihr euch dann direkt von der Seite von itch.io herunterladen. Also, falls ihr etwas spenden möchtet, falls ihr im Return auch noch diese ganzen Spiele bekommen wollt, der erste Link in der Beschreibung bringt euch zu dem Bundle. Und ja, falls ihr möchtet, teilt gerne das Video hier, teilt gerne das Bundle, damit mehr Leute davon mitbekommen. Ihr seht, ich habe das heute erst mitbekommen und jetzt haben es schon 1,694 Millionen Spenden. Nein, 1,4 Millionen, hier oben steht es, sind schon insgesamt zusammengekommen. Von einem Goal von 2 Millionen, was mit Sicherheit sogar auch getoppt wird und hoffentlich noch viel weiter nach oben geht. Also Freunde, das nur als kleine Info für die Abendstunden. Morgen sehen wir uns wieder zu einem ganz normalen Let's Play. Also, bis dahin, euer Brain, tüdelü, tüdelü.